Also mir hat diese Zauberei halt gefallen, es hat sehr viel Spaß gemacht so zu sehen und es war auch sehr lustig. Alles ist gut, aber mit dieser Münzen war ich am besten. Wo er die Münze genommen hat, immer in den Eimer da reingetan hat, das fand ich am besten. Die Straßenkünstler und das Malen des Bildes, das war total schön irgendwie. Und die Kreativität hier auf der Straße und dass es so viele Leute angezogen hat und dass wirklich dann so viele Leute angehalten haben und sich das angeschaut haben, das war echt toll. Ich mag es, wie diese Show zu zeigen. Du fühlst Freude. Ich komme hierher, meine Kinder, in diesem Moment, Kinder, Schule, dass ich hierher komme. Ich komme hierher, die ich hierher. Die Show war wirklich cool und es zeigt, was die Leute tun können, wenn sie ihre Gedanken zu machen. Die Zaubertricks. Zaubertricks für dich? Ja, der Akobat, der Akobat. Der Akobat für dich, der Joel. Der Joel, du weißt schon sein Name. Ihre Kindheit, das hat schon ein bisschen, was mich bewegt, wenn ich halt zugehört habe, dass es für einen frustrierend war oder für den anderen halt, dass er halt mit drei Stiefgeschwistern aufgewachsen ist, die ihn schikaniert haben und so. Also mich hat es halt schon irgendwie ein bisschen bewegt. Ich glaube auch, alles, was er sagt und das hat mich ein bisschen gerührt. Ich bin nicht genau wie religiös, aber so lange, dass die Leute eine Wille haben, die sie vorwärts, ist es in meiner Meinung nach unglaublich. Was ich gehört habe, es war sehr, oder es ist immer noch sehr inspirierend und wirklich schön für mich. Ich finde das schon gut, weil ihr redet ja nicht nur, sondern ihr zeigt ja auch was. Und das ist ja auch so motivierend, obwohl ich nicht so gläubig bin, aber das finde ich schon motivierend für die meisten Leute. Danke euch, danke euch für eine wunderbare Show, Präsenz, alles war super, super, mega leistet. Schön, dass ihr das hier macht. Ich finde es sehr schön, was ihr macht. Ja, können wir mal da machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, wie geht es? Scheisse. Meine beiden. Because inológshe 저희가 Playing. Vielen Dank.